Welcher Tag ist heute? Sonnabend. Weine nicht. Sei nicht traurig. Bald bin ich fort. Sie kommen, um Sie vorzubereiten. Bitte warten Sie draußen. Sie können diesen Wahnsinn doch nicht rührern lassen. Ich habe Ihrer Tochter ein Versprechen gegeben und das halte ich. Dafür wird Gott Sie sterben. Der Leichnam Eva Perrons ist nun für alle Zeiten unvergänglich. Sie haben sie zu Mumie gemacht. Es gibt nicht nur einen Leichnam. Vergeb mir. Sondern vier. Waren Sie hier, als Sie den Leichnam von Eva Perron herbrachten? Die vier Körper werden noch heute Nacht vergraben. Für mich ist die Zeit gekommen, die Wahrheit zu erzählen. Wissen Sie, wohin sie vom Gewerkschaftsverband ausgebracht wurde? Verflucht, wer bist du? Rede! Ich bin Journalist. Was sagen Sie, Koronell? Ist das die echte? Oder diese da? Oder doch diese? Welche ist es? Es passiert etwas sehr Bedeutendes. Und wir sind Teil davon. Die Dürre wird gehen. Und kann sich ausruhen. Verstehen Sie... Was? Was? Was ist die Frage? Oiros? Was?